Hey, willkommen bei einfach erfolgreichen Projekten, deinem YouTube-Tutorial-Channel, um dich und deine Projekte auf das nächste Erfolgslevel zu heben. Egal, ob du Einsteiger bist oder Projektmanagement schon länger zu deinem Projektalltag gehört, hier findest du sofort in deine Praxis umsetzbare Impulse, Tipps, Tricks, Abkürzungen auf deinem Weg zum Erfolg. Du erfährst in kurzen Videosequenzen, worauf es wirklich im Projektalltag eines Projektleiters, eines Projektmanagers ankommt, wie du es schaffst, entspannt und kompetent, mit Freude und Leichtigkeit deine Projektziele zu erreichen. Ich bin übrigens Anna-Elena Stöhr und du siehst es im Hintergrund, Projektmanagement ist meine absolute Leidenschaft. In den letzten 15 Jahren durfte ich tausende Projektbeteiligte auf ihrem Beginn zu einem einfachen, stressreduzierten und freie Zeiträume schaffenden Projektmanagement als Beraterin, als Mentorin, als Trainerin, Autorin und Vorsitzende der Prüfungskommission der IHK unterstützend begleiten. Egal, ob du Angestellter bist oder selbstständig tätig bist, du findest hier die Tools, die Instrumente, und wir werden sie gemeinsam finden, die zu dir passen, zu deinen Herausforderungen passen, damit du deine Projekte optimal gestalten kannst. Ich freue mich wahnsinnig, dich hier begrüßen zu können und wünsche dir einfach erfolgreiche Projekte. Mach's gut, deine Anna-Elena. Wobei, eine Sache habe ich noch vergessen. Schau mal hier neben dem Video in die Boxe. Da findest du weitere Informationen zu mir, zu meinen Geschenken, meinen Freebies für dich. Und dort verbirgt sich unter anderem ein 30-minütiger 1-zu-1-Call mit mir oder einem meiner Teammitglieder, wo du eine Herausforderung eines aktuellen Projektes mitbringen kannst. Wir sprechen drüber und ich verspreche dir, du bekommst sofort umsetzbare Impulse, Tipps, Tricks für deine Praxis, die du integrieren kannst. Also, mach's gut, ich freue mich auf dich, deine Anna-Elena. Deine Ansaga. Bers Vid Bis zum nächsten Mal.